Wir haben alle anderen jetzt zu schlafen, ne? Es ist ein Uwe seine Zeit, die man Neues kennen soll haben. Wieso hat er so ne komische Halskette? Oder hat er aktuell ne Freundin? Ich weiss es gar nicht. Aber er hat ne Freundin. War aber Zeit, Schluss zu machen. Okay, das ist die Neue. Die verstehen sich. Die verstehen sich. Weil guck mal, Uwe braucht ja unten noch einige. Lustig. Freundlich. Äh... Kennenlernen. Oh, ich hab mal in der Politik gearbeitet, ne? Aber das war mir eigentlich alles... Scheiß, Telefon! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Ich musste... Falsche. Gute Dau... Ach Gott. Ach is... Das nächste Kind im Anmarsch. Was ist denn hier los? Halt die Fresse! Du... Feistelefon. Och komm jetzt, alter bitte! Wir müssen... Nein, jetzt muss ich ganz schnell laut darüber reden, weil sonst... Sonst... Sonst, sonst, sonst... So, bitte, dann lassen Sie Ihren Namen nach der Telefonnummer. Aber ich möchte nicht nach der... Ach gut, hat aufgelegt. Ja, aber das war... Wir brauchen doch noch Kleinigkeiten für das Kind noch, ne? Zylophon! Soll ein schlaues Kind sein. Guck mal, Teddy kriegt's auch noch. Moment mal, das ist okay. Ne, die Spielzeugkiste ist immer gut. Ach, Spielzeugpirantel ist auch besser. Was ist das? Ein Spielzeug Eisenbahn auf dem Tisch. Äh... Was wollte ich denn gerade? Warte mal, wer... Wer für... Ach, ein Wickeltisch oder sowas? Gibt es sowas eigentlich? Oder muss das... Gibt es sowas nicht mehr? Ich habe ja noch nie ein Kind großgezogen. Doch, gibt's noch, ne? Oh, da habe ich schon gekauft. Nö, gibt's nicht. Na gut. Äh... Die Dame... Wenn du ausgeschlafen hast, ne? Könntest du bitte mal... Hm... Die Windeln wechseln und dann auf den Boden füttern? Genau. Herr Schulze. Wo ist er denn? Romantisch. Oh, hauen wir das nochmal raus. Was willst du? Oh, Weg des Bösens. Fastes Beziehung mit Zelda eingehen, war so schön. Du hast dich ein bisschen mit da verstritten, ne? Ja, das wollen wir doch. Komm weg. Mensch, gibt's denn hier nichts anderes? Tschüssi. So, die Reste hier. Ich stelle mal weg. So, und jetzt gucken wir schnell durch. Hat die eigentlich Arbeit? Nee. Die auch nicht. Uh, da bewegt sich jemand. Na, wer hat der Kaka in die Hose gemacht? Zack, so schnell ist Mutter sauber. Neues Objekt überprüfen. Ist dies auch kindertauglich? Oder nicht? Oh, guck dir die beiden mal an. Ui. So schön. Computer. Bücher. Computer. Bücher. Flugzeuge. Paradies. Ach, ich muss mir dieses Paradies-Set. Daniel, guten Morgen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Jo. Das Kind beschäftigt sich selber. Sehen, auf welche Toilette er geht. Lehm, zu oder rechts. Okay, dann kannst du hier benutzen. Mit was spielst du? Guck den euch an. Der kleine Delvin. Rimmel-Delvin. Jahu, ich war auf dem Klo. Sprechen beibring. Bring ihm mal Sprechen beibring. Oh, guten Morgen. Ein Glück habe ich zwei Toiletten gemacht, ja. Wo habe ich denn die Türöffnung hingebaut, ja? Ne, 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 ne. So geht das nicht. Du legst dich wieder extrem schlafen. Bär. Buch. Buch. Deich. Deich. Party, Ballons, Clown. Party, Ballons, Clown. Laptop. Laptop. Buch. Buch. Das sage ich nicht nochmal. Das habe ich vorher schon gesagt. Oh, verdidiges. Bank. 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 Bank of Scotland. Bank. Bank, 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 Bank. Oh, hiennack. Panzer. FAME! Ich bin FAME! 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 Ich fand FAME! Smaragd! Smaragd! Minecraft! Minecraft Smaragd! Hehehehe! 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 Ne, gibt's nicht immer alles. Ball! 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 Kinder! Scheiße! Big ol' Ork! Panzer! Mütter! Schwerbliche Frauen! Fischfang! Fischfang! Netzgerät! Neb-Ned! Neb-Ned! Oh, du bist nicht! Du musst dich nicht. Du musst dich nicht. Du musst dich nicht. Du musst dich nicht. Du musst deine Künstlerische Art raushängen lassen. Oh, oi, oi! Aber, Sebastian... Du brauchst dich mit der Geschicklichkeit. Eigentlich hab ich da was Gutes für dich. Du sollst der Bastler-Vereine hüben. Wo ist eigentlich der Unkopf, ach so, wo bin ich eigentlich? Wo bin ich? Und die muss schon wieder brechen, massiert werden, das können wir gleich erfüllen diesen Wunsch. Romantisch, massieren.